Hallo Leute zu einem weiteren GTA-Stunt-Rennen mit, habe ich gerade überhaupt bei der letzten Folge das überhaupt gesagt, mit Markus Friedrich und GX-Fan in Sky, mit dem Jasz, guten Tag, ich glaube ich habe es vergessen, dass es gut ist, und das tut mir wirklich leid, das glaube ich, genau, stimmt, ich war so schockiert von der Map, dass ich nicht mehr wusste, was ich sagen sollte, stimmt, ich fühle mich so schnell, oh Gott, 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 Du schickst ja, aufholen, außen, oh, ja, sause, ja, außen, ja, ist außen, der war bei mir locker daneben, der wäre der Herr, swooping glaube ich, ist der von mir, so, ich bin jetzt weg, ja, bei mir war es dann komplett daneben, du drückst ιο черten mello und impart hier dicken muß man rein, ok, hier muß man rein, hier muß man rein, hier muß man rein, was ist denn manchmal los mit dem Junge, ey, da denkst du da, se, Hat der jemand aufs Fischstäbchen gebissen, oder was ist los? Ja! Okay. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nicht runterrutschen! Nicht runterrutschen! Scharfe Kurve. Ne, so scharf find ich die jetzt nicht. Mr. Ross im Josch. Oh nein. Oh nein! Oh Gott! Sky! Oh oh. Das ist aber ziemlich eng hier. Ja. Äh. Mitte? Mitte! 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 Jan von der ist Mitte. Mitte ist richtig. Dix, ich flieg mal vorbei für Windschirm. Äh. Josch. Das ist so geil. Hier passiert doch nix. Siehst du? Oh, da ist... Man fährt einfach mit diesem Schild durch. Ach so. Aua! Schild! Auf einmal ist es da. Wir haben kein Aufholer an. Wir müssen das hier als Dreierteam jetzt machen auf die beiden da vorne. Es wird immer eng. Nee, lass mal. Oh Gott! Ah! Ja, okay. Es wird wirklich immer enger. Das wird immer, immer enger. Das wird aber sehr eng da hinten. Und zur Not ein bisschen Tempo rausnehmen. Oh Gott! Das wird ja wirklich eng. Ja. Oh. Das passt. Ich bin so glücklich gekommen. Ja. Du musst doch kein Tempo rausnehmen, Joschi. Da musst du mit voller Kraft rein. Rein! Oh. Okay. Ich hätte auch durch sagen können. Durch! Oh Gott! Oh, das ist... Oh, das ist richtig viel. Das ist richtig... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber knapp eng. Wieso fahre ich denn auf der Seite vorbei, wo es so kritisch ist, weil du es aus dem Boden nicht siehst? Was ist das? Yes! Das ist total verrückt, das Rennen. Das ist... Was ist denn hier los? Was soll... Achso! Jetzt... Es lohnen sie mich halt nochmal. Ist okay. Kann ich mehr leben. Wo lang? Oh, links. Okay. Echt schon? Also... Nein! Nein! Man merkt zwar sehr stark, dass das halt ein Custom gebautes Ding ist, ne? Aber es macht schon Spaß. Ist schon... Okay, das hat was, ja. Falsche Richtung? Ich fahre nicht in die falsche Richtung. Doch, scheinbar schon. Nein, tu ich nicht. Alter, hier ist einfach eine Strecke unter der Straße gelebt. Ist das die gleiche Stelle nochmal, oder? Wer hat sich das denn hier ausgedacht, ey? Kommen wir zweimal in Folge sowas, wo man länger wird? Da bin ich aber ein bisschen erschreckt. Man fährt auf Wasser gleich, wie Jesus einfach. Ja, der Kanal ist nur sehr... Ist auch mein drittname. Ressus. Ressus. Magnus. Ressus. Das war dein zweitname. Das ist mein zweitname. Wo lang? Wo lang? Sekunde lang. Da wollte ich nicht lang. Hallo Joschi, ich finde das übrigens nicht nett, dass du so nah angekommen bist. Oh, hallo. Was? Hallo Herr Wand. Wo lang jetzt? Was jetzt? Aufzug! Ne! Nimm mich mit! Ich hasse! Ich bin auch noch gestürzt! Hä? Oh nein! Egal! Smoky, wir machen das! Komm! Nein! Du Wichser! Du Wichser! Komm Magnus! Wir bleiben fern nebeneinander! Fern nebeneinander! Fern nebeneinander! Den holen wir uns doch! Den Wichser! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Magnus, den holen wir uns doch! Wir geben uns jetzt hier Windschatten! Oh! Boah! Was ist das? Boah! Ich hätte beinahe den Checkpoint glaube ich nicht bekommiert! Ich auch! Ich auch! Ich bin fast links vorbei gesteckt! Warte! Das Ende mit dem Fahrstuhl! Nein! Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt, Alter! Wie stumpf das sein kann am Ende! Wenn ich mal kurz fragen darf, Frigo, was ist eigentlich bei dir jetzt rausgekommen? Bist du in die falsche Richtung gefahren, Frigo? Er fährt immer noch in die falsche Richtung! Frigo? Das nehm ich jetzt ja! Ja! Wenn du nichts sagst, schenkst du uns jeder 50 Euro und es ist ja! Ah! Das war kein Wort! Es zählt nicht! Oder steht halt beim Duden! Genau wie Kaktusse, ne? Ja! Jetzt kann ich endlich böse Sachen über meine Ex-Freundinnen sagen! Und kannst am Ende einfach sagen, hey, ich hab nur mal ein Kaktus geredet! Hä? Ich wollte doch nur sagen, dass ich sie in die Wüste geschickt hab! Genau! Ja! Weil die in der Wüste Mangel an Kaktussen hatten! Richtig! Hä? Hä? Oh ja! Ähm... Oh Magnus! Bist du dran? Ja! Bist doch hinter mir, oder? Ja! Ich bin die Kurve schlecht angefahren, also passt das gerade ganz gut! Ähm... Pst! Wiii! Shit! Oh, da sitzt du schon! Oh nein! Oh Gott! Okay, ja! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Ja, ich hab mir gedacht, ich fliege mal! Ausrecht eigentlich, ne? Äh, du musst nur gucken, dass du gleich, äh, nicht mehr hinten reinfährst, sonst hauen wir uns gleich gleich raus! Ja! Du musst ein bisschen vom Gas gehen jetzt! Ja, mach ich auch gerade! Und dann überholt sie mich einfach, äh, soweit wir da wieder gelandet sind! Ja, wenn ich hier jetzt nicht runterfalle! Aber das hat gepasst! Ich glaub, wärst du da ein bisschen näher dran sein können! Ja, 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 vielleicht ein bisschen zu sehr... Ja, wir wollen ja eigentlich nur da vorne hier alles weghauen hier! Der Rest ist uns ja egal! Wer jetzt von uns beiden Erster wird, das machen wir dann raus! Ja, das ist mir auch egal! Ich fall übrigens hier erstmal rechts lang, weil dann seh ich wenigstens das Dilemma! Ja! Oh, nö! Lisa, bitte! Hat dieses Mal nicht funktioniert! Okay, Magnus, ich versuch ihn einzuholen! Für dich! Nein! Du schaffst das! Du musst das nicht tun! Hol dir Dilemma! Du musst das nicht tun! Ich seh ihn! Am Ende der Geraden! Oh, Mano! Hier, das hab ich vorhin nicht getroffen! Oh, wer ist denn da? Markus! Ich nicht! Hi! Hi, Sky! Na, wie geht's? Schön, dich zu sehen! Ich freue mich schon auf die Aufzüge! Zeigt mir, dass ich ziemlich schlecht gefahren bin! Oha! Alles klar, komm her, Alter! Nein, ich war eben, war ich ungefähr 13 Sekunden vor dir noch! Ach, diese Stuntkamera, ey! Warum? Ja, das ist schlimm! Das ist aber total unnötig! Ja! Man erschreckt sich jedes Mal! 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 Oh Gott! Das ist eine Stadt! Das ist schön! What? Oh Gott! Komm schon, beeil dich! Beeil dich! Gib Gas! Nein! Oh Gott! Das war so knapp! Komm schon! Jetzt hat der Smokey gewonnen! Ja, die sind parallel auf mich zueinander, okay! Schade! So! Wir reihen uns jetzt hier ein! Einer nach dem anderen! Kommt jetzt! Alles geil! Ich glaub, da komm ich nicht drauf! Das ist so fies mit diesem Fahrstuhl! Das war so knapp! Ich bin so gut gefahren! Du bist eine Frechheit! Eine Frechheit bist du! Ich bin so knapp! Eieiei! Das ist eine Frechheit! Was ist das denn? Ich steh im Fahrstuhl drin! Der hat mich einfach nicht erkannt! Ich kann nicht raus! Was hast du denn gemacht, wie tschüss! Im Fahrstuhl abkängt! Find ich gut! Der Fahrstuhl hat mich nicht als Objekt erkannt! Ich hab mich hochgefahren! Oh Mann! Dankeschön, Magnus! Was macht Frigo denn? Jetzt da Der zweite Fahrstuhl, wo es nicht funktioniert hat Ich will ja schon zu dir Ich will jetzt zu dir wechseln, ich will jetzt sehen Es dauert zwar jetzt wieder Danke, danke Sei wunderbar Gut, dass diese Aufzüge nicht funktionieren Also ich hätte gesagt, wenn die Aufzüge am Ende nicht gewesen wären Wär es eine coole Strecke gewesen Ja, das stimmt Hatte viele coole Elemente Aber dass der gewonnen hat, ne? Geht mir die Risch auf den Sack Ja, auch das finde ich gut Also ich finde das scheiße Außer, dass die Dix vor mir war Damit kann ich mich anfreuen Das ist geil, wir wissen ja, wo unser Ziel ist Wir sehen die Zielscheibe auf seinem Rücken G-Dix G-Dix, du siehst doch unser Ziel Ja Nicht unter 10 Punkte kommen Ja Natürlich, das ist Alter Dass du mich am Anfang runtergekickt hast Aufholen Achso, das ist Gordo Da hätte ich sogar sagen können Das ist Aufholen nicht eins Was ist Gordo? Gordo ist die Strecke mit dem Schild Achso, ich dachte gerade an Gordola Grün oder so Oh Gott Oh, komm Welches Auto nehmen wir jetzt? Den Sultan 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 R.S Den Sultan Was ist das, ey? Den Sultan R.S Sultan R.S Ja Da wird dich auf Fanon Das passt zu ihm Ja Oh, was soll das denn heiß? Wo ist er? Nein, nicht Frigo Da, Fanon Das ist ein Fanon-Auto Und ein Hunni auf Frigo Damit ich auch nicht gewinne Ja Das Geld mehr damit Hauptsache auf mich wird gewettet und verliebt Genau Am besten auf alle anderen Wetten Der Sultan, der sieht schon so doof aus Woran ist das eine Anlehnung? Äh, Sultan Wie heißt er? Sultan hieß er auch in GTA San Andreas Also da gab es auch einen Sultan Fahr doch Was ist denn? Das sah anders aus Fahr doch Oh, okay Er fühlt sich auf jeden Fall um einiges langsamer an als die anderen Supersportwagen Ja Das ist ein Supersportwagen? Ich glaube schon Nein Äh, dann haben die den Motor vergessen Ja, genau Das könnte vielleicht an ein, zwei Äh, ja genau, Frigo Ist klar Ist, ist klar Hallo Ja, danke Ich habe mich noch ein bisschen nochmal gerade gefällt Nein, 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 es war nicht Frigo Es war Smokey Smokey, der kleine Der kleine Bonobo Ich hab dich eben sogar noch gerettet Ich hab dich wieder geradeaus Nein, der liegt gar nicht Nein, der liegt doch noch Oh mein Gott, was ist das für ein Fagen Was ist das für ein Fagen? Ich hab's gesehen Oh mein Gott Das liegt jemand weg Also ich will nur noch Sultan fahren Oh ne, oh ne Wie das aussah Also mit den Supersportwagen kommt man da sogar durch Los Jijiks, wir müssen zumindest ins Ziel kommen Ich bin an dem Schild oben hängen geblieben Ich habe mich die Drehung befallen Ich habe Windschwein aus dem Weg Oh, der Schmokey Oh, der Schmokey Ich flieg zu weit, oder? Der Schmokey, ne? Oh Gott, das Schild Der Schmokey Du bist auf mir gelandet, Josh Ja Skyy What? Als ob Hast du das drauf? Ja Also, Sky war hinter meinem Auto Und ich dachte so, der hat sich überschlagen Und auf einmal steht der richtig Alter, richtig sick der Junge Das ist so cool Das war Skill, ja Aber sowas von Oh Gott, das ist schön, wie viel Spaß ich da vorne habe Ich fahr mal seitlich Ich hab's gesehen Oh nein, oh nein, Ficko Ich drehe mich nochmal Ficko Okay Okay Ich hab nichts getan Nein, ist alles gut Nur wie lange wir beide seitlich geslidet sind Nein, 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 nein Ich fahr runter, ich fahr runter, ja Null Bremsleistung Der kann nicht wengen Der kann nicht bremsen Und Beschleunigung ist auch ein Fremdwort. Komm her. Ich glaub, die haben das Auto bei dem Auto vergessen. Ja, genau. Das AU steht wirklich für Aua. Ja. So viel höher, so viel. Scheiße. Oh Gott. Alter, kann der fahren? Mal fahren. Ich seh Smokey da vorne, aber es sind 15 Sekunden, wo ich da bin, ey. Die haben halt wirklich, die haben... Weil das Auto richtig schnell... Oh ne. Nein. Was tust du? Die haben wirklich, die haben die... Die haben doch das Lenkrad vergessen, oder was weiß ich. Die haben es nicht eingebaut. Oder du lenkst mit den Hinterreifen, oder was weiß ich. Du hast einen Schraubenschlüssel zum Lenken. Ja. Das muss es sein. Du musst das erstmal noch so ankurbeln. Wenn du irgendeinen Lenkrad fasst oder so. Zur Bremse komm ich niemals ins Ziel. Du kommst definitiv den Berg nicht hoch, wenn du bremst. Genau das... Oh Gott. Bremst du überhaupt hier oben auf Mitte vom Berg, bitte? Nein. Oh, ey. Das ist voll, wenn man links und rechts verpeichern muss, wenn man gar nicht so schnell fährt. Okay, wir fahren den nicht noch mehr. Ja doch, bitte. Das macht so viel Spaß. Man kommt ja auch diesen Berg so schön schnell hoch. Das ist wunderbar. Das Wunder von Sultan. Da fühlt man sich so schnell. Ach, ich lass mal das W los. Vielleicht komm ich ja oben an. Du merkst den Unterschied, wenn du W los lässt. Das ist halt echt so. Vielleicht ist mein rückwärts. Bestandgas ist schneller. Ja, same. Runterrollen lassen ist definitiv schneller. Oh, wundervoll. Wisst ihr, was das Schönste ist? Wir müssen noch eine Runde. Was hast du gerade gesagt? Das war wunderbar. Wie soll ich ihn aufholen dann? Nein. Nein. Hey Smokey. Nein. Hast du ihn runter? Hast du ihn runter? Er stand an der Kante und ich bin einfach reingefahren. Sehr schön. Das war mir klar, aber ich dachte jetzt dafür muss ich gehen. Ja, das war das Einladen. Ja. Ich bin an der Rampe hängen geblieben. Dieses Fahrzeug, das ist, das ist, Alter. Wie beschissen kann man sowas? Das ist einfach reingefahren. Das ist einfach reingefahren. Das ist einfach reingefahren. Das ist einfach reingefahren. Nee, ist geil, hier bitte. Bleib ganz lieb. Wie viele Rennen ist das eigentlich? Ganz ehrlich, ich steig gleich aus und geh zu Fuß. Das ist schneller. Das ist schneller. Das leidet schneller. Und vor allem gegen Unfälle, ey. Das ist ja schrecklich. Nein, nein, nein. Weißt du, was das Schlimmste ist, Magnus? Ich glaube, du bist zu Fuß wirklich schnell. Ja, jetzt. Oh, wir sind da vorne. Bremsen, jetzt schon bremsen. Ja, ja, danke. Ich sehe jemanden. Ich kann jemanden sehen. Wenn du mich jetzt runterschubst, ne? Ich steige aus. Alter, wenn du jetzt mich runterschubst, ne? Dann steige ich auch so. Das Schild unten auf. Das Verkehrsschild unten. Ich wette, irgendwas fährt dagegen. Das ist noch vier Minuten zu fahren. Da kommt jemand auf die andere Seite. Ja, das war mal ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Ja, ein Versuch wert. Ich fahr rechts vorbei, Alter. Ich fahr komplett rechts und du sagst, ich komm rechts vorbei. Was ist das denn? Ich fahr wirklich rechts am Tunnel. Recht davon rechts. Er hat eine Links-Rechts-Schwäche. Er dachte, du wärst links. Er hat eine Rechts-Rechts-Schwäche. Ich fahr jetzt rechts aufpassen. Ich fahr jetzt rechts aufpassen. Nein! Kannst du dir überhaupt nicht aufpassen, ey. Das Auto ist so langsam. Das Schönste an dem Auto ist, wir können sehr viel quatschen. Weil du musst dich halt auf den Geraden hast du erst mal 20 Sekunden Zeit, dich zu unterhalten. Oh, das war zurücklehnt. Ich bin auf den Berg. Weil nichts passiert. Dafür musst du dich in den Kurven noch mehr konzentrieren als sonst was, ey. Damit du nicht runterfällst. Feiner. Da fahr ich den Cheetix auch noch was rein hier. Hallo. So, ich versuch nochmal durch das Schild durchzuspringen. Ja, mach mal. Nee, das funktioniert nicht. Nee, ich glaub, erstens der Wagen, glaub ich, ein Ticken zu hoch. Und zu langsam. Ich wollt grad sagen, ich bin eher unter dem Schild durch. Das funktioniert nicht. So, ich probier's noch einmal. Nee. Geht immer noch nicht. Wenn ich... Nee, nee. Also... Ich muss auch zugeben, es ist nicht intelligent, die Stangen anzuvisieren. Achso. Ja, hat nicht viel gebracht. Das ist so leid, Kleinke. Na wirklich. Das ist richtig. Aber Friggo, du hast genug Zeit, um zu reagieren. Glaub's mir. Naja, wenn da so ein Zwei in deinem Nacken ist, ist ein bisschen schwierig. Da hast du auch genug Zeit. So Leute, ich darf jetzt den Berg hochfahren. Was mach ich die nächsten 20 Sekunden? Ich glaub, ich trinke kurz nen Schluck. Ja. Kannst du mal kurz Animal Crossing fahren? Wär ich da jetzt runtergewippt worden, ne? Ich hab das Gefühl... Ich weiß nicht wie ich da drauf komme, aber ich hab das Gefühl, dass ich es nicht ins Ziel schaffe. Ich konnte wirklich nen Schluck trinken. Ich dachte mir so, das wird jetzt knapp. Und dann dachte ich mir so, oh ja gut, die Flasche ist jetzt offen. Wie ich Smoke da relativ dicht bei mir sehe, aber er ist 10 Sekunden weg von hier. Ja, ja, ja. Das sind drei Wagenlängen also. Oder was? Ja, ich mein, zu Yoshi hab ich mittlerweile 1,30 an Zeit. 1,30? Okay, du hast zweimal das Schild versucht, ne? Oder dreimal. Ja, aber trotzdem. Sky, du bleibst jetzt da bitte hängen an diesem rosanen Teil, danke. Nö, hab ich nichts vor. Ich bin halt auch irgendwie fünfmal runtergefallen oder so. Vielleicht sieht man bei mir ja wieder das Ziel. Jetzt kommt das sechste Mal. Das ist Wagner. Die Strecke ist uns aber gebaut. Die Strecke find ich jetzt gar nicht gut. Die Strecke ist eigentlich gut, aber... Die Strecke ist gut, wenn du einen gescheiten Wagen hast. Genau, wenn du das Auto lenken könntest. Ich glaub, im Bobbycar... Selbst im Bobbycar wär ich den Berg runter schneller gewesen. Weißt du, sogar ein scheiß Zug kann besser lenken. Das ist... Oh Gott. Jetzt wird man bei mir wieder das Ziel sehen. Ja oder nein? Äh... Schwierig. Ich weiß nicht, bei wem schau ich denn jetzt hier? Magnus! Jetzt fahren wir dir mal zu. Yes! 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 Ich glaub jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Jetzt geben wir nochmal Gas. Gibt's da schon Gas? Boah! Da kommt der richtig, ey. Am Berg, du. Das ist ja unglaublich. Der hat anfeilt. Hast du gesehen? Ja, ey. Das ist auf jeden Fall automatisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Minuten, ey. Acht, acht. Ich hab acht, acht und zwanzig, acht und zwanzig. Na, wird vielleicht eine etwas längere Folge, sagt er. Perfekt. Du brauchst mal eine neue Siegesanimation, da sieht man zum Beispiel. Ne, die ist toll. Ich mag die. War das das sechste Rennen? Wirklich erst das fünfte? Ja. Da haben wir zwei Rennen 20 Minuten gebraucht? Ja. What the fuck? Das davor, muss man sagen, das war wenigstens spannend. Ja. Wenn die Aufzüge nicht gewesen wären. Ja, aber das war ja noch spannend. Du wärst ja beinah reingekommen, ne? Ja, genau. Vor fand ich wirklich gut. Die Strecke finde ich eigentlich auch gut, aber das Problem war, dass man sie nicht fahren durfte, sondern nur rollen. Wie gesagt, da wär ja schieben, wär leichter gewesen. Äh, nochmal aufholen aus. Mensch, wieso machen die ganzen Leute aufholen aus? Das find ich ja schon mal doof. Das find ich aber auch nicht. Lass mal, äh, ein paar Rennmaps bauen. Oh nein. Jeder baut eine. Fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. So, dann spielen wir auch den Autarch. Autarch. So, heute wetten wir mal auf Magnus. Kann der sich denn auch autarch versorgen? Weiß nicht. Auf jeden Fall werd ich wieder auf Schmalki. Ich werd jetzt erstmal auf... 200 auf Figo. Und noch ein Honey auf Sky. Gjix 100. Gjix, das wird deine Runde. Der Erste. Das wird alles so wie es hier ist. Es hat nicht geklappt. Wie es hat nicht geklappt? Wie es hat nicht geklappt? Was hast du genommen? Weil ich durchskippen wollte und dann zurückskippen. Der Speichling hatte Lux, bis man Gixis Auto sieht, welches sie genommen hat. Darfst du nur nicht gewinnen. Aber ich weiß nicht mal, ob der schneller wäre. Ja, der hat ein anderes. Ich weiß halt nicht, ob der besser ist. Ja, das... Alter, wie sie abgeht. Entschuldigung. Keine Sorge, ich flieg eh irgendwann am Montag. Nein, alles gut. Oh nein. Okay, der Autarch... Warte mal. Wieso ist der Pfeil da... Okay, ich bleib trotzdem mal auf der Straße, auch wenn der Checkpoint so wenig Sinn macht. Ja, der ist in die Falte rum. Leute! AAAAAAAH! Oh! Oh ja! Was hast du getan? Was hast du getan? Ich hole immer noch... Aber 25 RP, danke. Äh... Auf und raus, ne? Eieieiei. Ja, ja. Das ist doch... Was ist das für ne Strecke? Äh... Das ist halt auch wieder ne Selfmade... Das kenne ich, Selfmade. Oh Gott. Oh Gott, ey, ja... Selfmade mach ich auch die ganze Zeit. Selfmade Millionaire Kids. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Ich bremse vor euch. Jeder Kurve hier gefühlt. Wer ist da so dicht hinter mir? Du machst mich echt nervös. Das ist ein Mr. High Games. Mr. High Games? Ein Mr. High Games. Ein wilder. Ich habe Angst vor dir. Ein wildes Mr. High Games. Ja! Ich spüre schon das Rasseln deines Motors in meinen Nacken. Das Wild kann wie ein Schatten haben. Ja, das ist doch schön. Ja, gut. Tschüss Fricko, ne? Oh, aber auf Wiedersehen. Das könnte interessant werden hier. Ja! Interessant wird's gleich, wenn ich euch eingeholt habe. Bleiben wieder hinter dir. Ich bremse es überhaupt. Ach du Schande. So. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay. Nein! 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 Was geil. Ich habe mich auch quergelegt nach dem Scooping. Oh, diese Bremsstreifen. Ich habe das gefühlt. Ich bremse mehr als ich Gas gebe. Es ist auf jeden Fall anspruchsvoll, die Strecke. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja. Ja. Okay, zum Glück. Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Wo bist du zu lange geblieben da? Nichts, was du vielleicht machst. Ich muss mir was sagen. Ja, über die Strecke gehst du mir aus wie vor hervor. Ja! Ja, okay. Nein! 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 Will ich gar nicht erst. Das möchte ich gar nicht. Okay, komm. Backflip. Nein, okay. Kein Backflip. Das ist das aber. Das ist das okay. Mit dem Sultan hätte es geklappt. Ja! Ich bin total aus der Bahn geflogen. War das ein Schaffner oder was? Ja. Oh. Habst du kein Ticket? Was ist das denn? Was ist denn das für deine Ansicht? Kannst du doch so sein. Bitte was? Oh, was? Wigwam? Das war so nicht richtig. Ich hab nur Wigwam verstanden bei Frigo. WIGWAM! 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 Ich weiß gar nicht, was ich gesagt hab. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt hab. Ich hab dieses eine... diesen Einheit-Looping nur geschafft, indem ich... ab dem Viertel vom Looping kein Gas mehr gegeben hab. Nice! Das ist drei Points! Weil ich verstehe immer rausgeflogen bin. Ach, ich bin ja noch keine Minute hinter euch. Oh, ja! Ziel! Wuh! Guy, bleiben wir stehen! Du hast was verloren! Wuhu! Mr. Himmel, sie haben was verloren! Mr. Himmel! Mr. Himmel! Mr. Himmel! Mr. Himmel! Er ist ja kurz und vermisst da hin. Ich bin empört. Hört, hört! Er ist empört. Er ist empört. Er ist empört. Okay. Ah! Es war gut, dass es eine relativ kurze Strecke zum Abschluss war. Ja! Mr. Und rein Sliden. Ich bin ne Minute hinter dem Bast. Also ich komm da nie im Leben hin. Kontrollpunkt 25. Jemand kriegst grad ne Massage in deinem Auto, so wie es hobbelt. Ja. Also ne Rückenmassage. Das fühlt sich bestimmt gut an. Ja, genau. Ist bestimmt super angenehm. Das ist annehmbar. Puh, was eine Strecke. Peng. Ich fand die Strecke eigentlich trotzdem ganz lustig. Ja, die war cool. Kurz und knackig. So machen wir das gleich auch. Das war das größte Like. Alter, Sky hat rein! Oh, ich hab ein bisschen Wetten gewonnen, ne? Oh. Gut gemacht, Sky. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Wiedersehen.